Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zurück zu Sandware Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und wir machen jetzt genau da weiter, wo es letztes Mal aufgehört hat. Viel Spaß! Was ist das? Das ist Iris. Also er ist derjenige Kontrollen die Träume. Mobius. Aber er sieht ziemlich verletzt. Komm schon! Was? His wounds! Sie sehen wie sie healen. Was ist es gut? Er hat es wieder gemacht. Keine Ahnung. Er hat die Klocken verloren. Hahahaha! Mein liebter Junge, deine Intuition ist scheiße! Ich bin nicht so, von denen. Ich, als Mobius, habe ich das Recht, zu mit den Flamen Klopfen zu tun. Du kannst mich so viel wie dein Herz desirbt. Aber wo es Leben und Vitalität gibt, ich bin Angst, dass ich nicht fallen werde. Komm jetzt! Warum nicht das dein Bestes Schuss? Und auf mich! Ha 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 ha, wenn du kannst. Stopp attack! Uni! Lanz! Du musst du schlafen! Wenn wir jetzt aufstehen, er wird uns runter. Aber unsere Freunde von Kolonien 4. Wauw, Noah. Sie sind nicht deine Freunde mehr, sie sind seine Führung. Auch so. Ha 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 ha! Oh! Diese Soldaten werden mich ernähren. Wie Glitter Radishes in Season. Und wir können immer noch viel mehr werden. Wenn ich ein bisschen mehr brauche, kann ich sie mit dem, was ich will. Er hat mehr von unseren Freundinnen zu töten. Und die mehr wir ihn schlafen haben. Da muss man einen Weg geben. Was ist, wenn wir... Aber dann... Was? Du denkst dir etwas? Was? Komm schon! Die Flamme. Was ist, wenn wir ihn zerbauen? Was? Was? Wie soll ich wissen etwas wie... Was bedeutet... Aber... Was ist, wenn wir einfach zu töten? Wenn wir immer so kämpfen, sind wir alle sterben. Die Flamme in einem schweren Ort. Huh? Mio. Was ist ein Leben, ist er. Ich werde mich Institut zu helfen We'll act. All right. We'll try it. Lanz! What's up? Draw his attention for me. And then what? I'll get in close and destroy the flame clock. What the... If you do that... We've got to. It's the only way. On my head, be it. The spark you want about. I'm not gonna let you take the fall alone. No, snuff it. Fine. Out of your way. Get going. Uni! Cover fire? Leave it to me. Tyon! Senna! We need you two. Huh? Ha ha ha. Understood. Just say when, guys. Thanks, everyone. I'll count down from three. Three. Two. One. Let's go! I know what you're thinking. However... If I keep on firing pop shots, I'm bound to hit one of them sooner or later. Preferably sooner! Oh, crap. Oh, crap. Noah! Mimi! Mimi! You sure? I'm in the middle of it. I'm in the middle of it. But I'm just... practicing, Senna. There's no need for this. Sorry. Watch out! Come on! They want to take you out of the running! We can take care of ourselves! Just go! Lance! That form... You mean... Hey! I'm here too! Senator as well! So then... Well... Found you! The mother! Lance! We can't keep this up! God... Dicker! We got it! All right! Now for the come across! Get a load of shit! No! No! Stop it! Just live! To where this was taken... I think your end is the right thing! We can go through it! And then we're out! You must! Flee for the colony! Mom! Get away! My wounds... They're already gone! Did I? I did this! Whoa! There's time for that later! Ah! Right! Noah! Neo! Now's our chance! Yeah! What? The fog? This is absurd! Get to your damn thing! Ah! Where are they? Where? Where have they gone? I can't see! Can't see anything! Hey, mother! Can't! Gah! Why? Grittle! Where did you get the chump on me? In that case? Now it's nice! Open your eyes! Back from your chest! No! 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 I... Can't heal! No! That's nothing! Go now! Do it! Go now! Mio! Yeah! Huh? What? Did that not do it? How is it so strong? Then we'll try! I... No use! I am... Aaaaaaaaah! Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! Oooh! The futility! The frame clock... is breath... itself! What might say? A coalescence of a will to play! I am very much doubt it's going to break that easily now, isn't it? Smarts! They must have it, too! Ha! A fool's parent, indeed! But you know, I appreciate what you've done for bringing your lovely selves so close up! Because now I can look upon you in all your radiance! Lightning! So lightning! It-it will be okay. Noah and friends will set things right. Even armor of Varonis gets sliced to itsy bits. If it can really take a Varonis clean out, then maybe... Mio! Try again! Cancel the interlink after we jump! What's the plan? Looks like the time's come! What are you talking about? Fine then. Ready when you are. No! Wait! You... you're interlink? But why? You... impossible! Es ist nicht möglich! Die Blameparks kann nicht werden! Was ist das? Wer sind diese Leute? Die Blameparks haben plötzlich verloren! Jetzt! Wie ist Ethel? Alles gut? Sie wird gut sein. Es scheint, dass sie nur die Bewusstsein verloren hat. Genau. Das ist gut. Was ist das? Jemand, die eine wirkliche Träume ist! Wir spielen mit unseren Leben, wie sie nichts sind! Du bist die Mäste! Das waren zwei coole Synchronisationen, die die beiden da hatten. Oh, und ich habe sie offenbar jetzt auch komplett freigeschaltet, die Synchros... Äh, warte! Erstmal zum Schwankenping! Dann läuft auch alles richtig in der Matrix! Ich will gerne mal die anderen beiden Urubo so ausprobieren! Das war ein bisschen zu früh! Jutzeck! 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 coolen Ouroboros. Oh, ihre heilige Kanone scheint gegen Möbius richtig strong zu sein. Schade, dass ich es nicht einsetzen konnte. Aber wisst ihr, was wir einsetzen können? Eine Anguskette! Okay. Abwehr senken. Der hängt gerade noch in der Luft. Das ist sehr schön. Machen wir mal direkt einen Gruppenheal. Kann ihn irgendwer günstig attackieren? Ja, Lance. Zack. So, 11er-Abwehr runter. Okay. Wir könnten direkt die andere Abwehr noch runterjagen. Oh, direkt 73 Prozent. Nebenbei die Musik, die gerade eben entstand, als die Ouroboros sich entwickelt hatten. Megacool. Alter, 3,70. Ich glaube, liest schneller, weil das einfach übelst Schaden macht. Dann haue ich jetzt erst mal die Healer durch. Ich kann nämlich maximale rausholen. Und ich sehe jetzt übrigens schon von der Länge her, dass ich den Part wahrscheinlich in zwei Teile geteilt habe. Entschuldigung dafür dann. Ich weiß nicht, wo ich den Cut gemacht habe, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich einen gemacht habe. Weil es ist jetzt schon. Wie viel Leben hat er denn? 45.000 und ich bin nicht mal die Hälfte. Oh, da haben welche. Das ist das Signal für die Habens. Aber vorher müssen wir offenbar erst mal hier den anderen ausprobieren. Jetzt wird ja plötzlich der Einschlag offenbar. Cool. 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 Okay, der Ouroboros ist auch cool. Ich würde nur gerne mal irgendwann die Ultimates sehen. Oh, Juni. Oh, super. Das haben sogar beide bei der Heilung geholfen. Wart mal. Machen wir das gleich ganz intelligent. Äh, da haben wir. So, jetzt hauen wir dir eine auf die Nasse. Wir können die Heilige Kanonen benutzen. Oh, sieht die geil aus. Jetzt müsste ich nur noch von denen hier einmal das sehen. Ich glaube, wenn das die höchste Stufe erreicht, machen die das von sich aus. Weil die einen haben uns ja gerade eben von sich aus gemarbt. Komm, ich will den Siegesansturm sehen. Nein. Oh. Komm. Ach, ich wollte die Siegesansturm eigentlich nutzen. Aber er ist down. Nein. Nein. Aber warum? Wie konnte ich es nicht haben? Ich wollte nur noch ein bisschen mehr spielen. Nein. Ich will nicht sterben. Nein. Wie. Wir spielen, was er? Wir nehmen uns mal einen Schmerz. Wir haben eine Fische. Ja. Stopp' tight. How did you get this thing off? Ah. This guy. He's so different from us. Is this what consoles look like? All wrinkled. Just like Guernica. Is this what aging's like? I don't know. Oh, it's you. I see. I'm so sorry. All I remember is that I was fighting against some abhorrent creatures. And you tell me it was you. So this is the consul. This is how he really looks. He's fading. Just like during a homecoming. No! I don't want to die! I don't want to die! I don't want to die! No way. You're not sending him on. You realize how messed up that is? Huh? You think so? How do you not... Think about the things this guy did! He tried to kill us all, and rob the soldiers of their remaining life. You're right. You're right. Both of you are right. And Mio? Honestly? I'm not sure I would. Okay. Oh, well, I'll just do it anyway. Just now, I felt his essence brush past me. It felt just the same as ours. So, I feel I have to do this. You know? You know? Mio? Have you ever touched a mote of light from a Kevesi? They're the same as ours. On the other side, the people live hoping the same things as us. Well, he's started now. Sometimes, he's just too kind. That or he just loves his job. He, too, by the book. An airhead. That's what he is. Don't think he's thinking about it too deeply. Just doing it because it's part of his nature, eh? Hmm. Weirdo. I concur. Mimi. Sorry. You didn't have to help. It's fine. It's our duty. I'm worried. I didn't play well. But why? You did it expertly. Just like last time. I still... Can't stop shaking. Because of the frame clock. Yeah. I was... Terrified. Still. All thanks to your decision. We're alive. You're really... Something. It was... A team effort. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das wir nicht haben. Ich verstehe. Sorry für getting you involved. Nein, ich muss mich nicht entschuldigen. Excepcional wie es ist, ich finde es ein Herz, zu befreien von constanten Krieg. Glad zu hören, dass du das gesagt hast. Ich war ziemlich worried. Sind Sie sicher, dass es okay für uns, um hier zu stehen? Meine Truppen sind unter Strict Orders. Es ist wahr, dass Sie drei sind mit Agnes, aber wir sind auch ihr Leben. Wir müssen unsere Zwei, nicht wahr? Das fühlt sich wunderschön. Wir können es rausziehen. Entschuldigung. Das ist ein bisschen unsere Schuld. Geh nicht mehr. Du hörst Ethel, oder? Hm. Okay, geiler Angriff. Sehr, sehr geil. Okay, der Part ist bei mir auf jeden Fall schon sehr, sehr lang. Wir haben Kolonie 4 entdeckt. Ouroboros verstärken. Oh Gott, das will ich nicht. Ich kann die boosten. Beziehungsweise, ich muss die jetzt boosten. Das heißt, ihr kann. Das wird mir doch aufgezwungen. So, Ouroboros-Synchronisation. Ah, damit die Techniken hier stärker werden. Dafür bekomme ich diese komischen Sehenspunkte. Okay. Okay. Gerne. Teilen die sich das? Wenn du im Sehenbaum eines Charakter Technik, äh, äh, Anschlüsse freistellst, kannst du auch Technik an Technik anschließen. Okay. Ich will jetzt ganz kurz gucken. Was war da? Ach, ich habe die aktuelle Klasse fertig. Ist das bei jedem gerade so? Ja, dann können wir das, äh, doch bei denen, die jetzt Zehen haben, ruhig mal wechseln. Nur die beiden müssten noch eine Stufe. Ja, aber das gucken wir uns, äh, wenn anders an. Ah, Null, Lens, äh, und, also alle aus den Kolonie 4 haben das. Nur, äh, Uni und Lens haben das. Den Baum. Teilen die sich die Punkte? Ne, ich kann die unbehindert einsetzen. Okay, das will ich auf jeden Fall haben, dass die Hitzeleiste nicht so schnell annimmt. Okay. Ich würde sagen, äh, bevor wir jetzt hier weitermachen, das machen wir wirklich beim nächsten Mal weiter. Äh, ich hoffe, ihr hattet alle Spaß beim Zusehen. Bei mir ist der Part jetzt wirklich schon sehr, sehr lang. Ich werde den hundertprozentig in zwei Parts geschnitten haben. Beim nächsten Mal gucken wir uns die ganze Kolonie hier an. Und wir werden natürlich auch noch, äh, hier ein bisschen die Ouroborisse verstärken. Es ist geil, dass wir die jetzt, äh, unabhängig von der Story nutzen können. Das würde uns bei Bossen vor allen Dingen sehr stark helfen. Ich kriege da unglaublich viel an Training gerade. So, jetzt hatten wir das Recht auch mal mit den Nachrichten aufgehört. Ja, wenn es euch gefeinert hat, abonnt ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tschüss! Tschüss!